Schön, dass ihr engstellt, die Topps von Showdown mit der Wahnsinn am Bodenstellt. Hallo. Hallo. Da ist ne Hive. Da brennt ne Hive. Da, was ist drin? Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ja, gehen wir runter nach East Mountain. Ja, wollen wir nicht nach Monteiro, weil... Dann können wir die Kutsche auch mitnehmen. So, kommen wir jetzt... Oh Gott, ist mir hier runtergefallen. Da ist immer eine Crew links, oder? Habe ich gar nicht von der Kuh gehört. Oh, da wurde schon wer gefunden. Kuh. Ja, warte. Mein Gott. Das ist ganz schön nah. Weiß ich nicht, ich suche es halt immer noch. Doch, das ist sehr nah. Bis auf 270, du hörst doch die Schüsse. Ja. Oh Gott. Das ist hier am Gaswerk. Das stimmt. Hallo. Hallo. Da hat der Kopf geplatzt. Wir müssen einfach nur den Boss umhauen. Wir müssen den letzten Schuss drauf machen, dann kriegen wir das. Die haben den schon. Aufpassen, die sind vor uns. Ja. Aufpassen, der ist direkt vor dir. Ja, links sind wir geboten. Die hauen aber ab. Die hauen aber ab. Die wollen zu dem Boss. Komm mal. Na, die rennen runter zum Boss. Sind im Wasser. Oh ja, ich sehe sie da hinten. Oh Marcel. Was denn? Die wissen so dafür kommen. Die haben uns doch grad schon gesehen. Dafür waren wir grad schon zu nah dran, wo die Sicht bekommen haben. Ja. Jetzt bleiben die hoffentlich nicht in den Bäumen. Dings, äh. Weil. Man soll nicht so gut kämpfen, wenn wir jetzt von hier aus. Gehen wir ein bisschen von der Seite rum. Ja, die bleiben. Die sind da natürlich ganz oben. Und nehmen jetzt den besten Blick auf mich. Oh Gott. Einer hat nen Hit. Einer hat nen Hit da oben. Ja, ist ne rechts weggerannt. Rechts meine ich. Ich muss mich eben um Hunde kümmern. Ja, ich komm mit rüber. Alles gut, ich hab Feuer. Ja. Na, ich wollte ein bisschen umlaufen wie. Aufpacken. Wir sind jetzt gleich. Wo? Anderer Schuss. Anderes Team. Ja, von hier. 180. Oh mein Gott. Halt. Halt dich erstmal. Titans. Ja. Ist tot. Warten sind da hinten grad hochgeflogen. Was heißt da hinten? Hm. Ich glaub da in die Richtung. Wo ist die? Ach, die liegt hier ne? Da. Ja. Schuss auf mich von hinten. Von wo wir gekommen sind. Ich muss eben mal Pilger generieren. Gegenüber kommen welche. Hier. Oh Gott. Ja, lass uns. Geh mal kurz in die Höhle rein. Wow. Hä? Hast du was geschossen? Nein, das ist der andere. Der Partner. Na. Der muss doch recht neben mir. Der ist recht neben mir. Okay, 68 Meter. Garzinian Gott. Warte pst. Schön. Deine Auperin. Irgendeiner hat von rechts auch auf mich geschossen, ne? Danke. Du musst dich ganz schnell irgendwo verstecken, du bist zwischen dem Gefecht. Ich weiß. Du musst dich denn auch mal irgendwo, dann zünd ich den, mein Mann. Bei mir sind die. Okay. Hast du dort? Ja, natürlich. Ja, weiß ich auch nicht, hätte er ein Gegner sein können. Oh Gott. 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 Ja. War da vielleicht die, die Waffunen umgebracht haben? Weiß ich nicht. Die hat auf jeden Fall ein Bounty. Oh. Moment, da hat einer einen Bounty aufgenommen. Vorm Jahr. Hat einen Hit. Verfehlt. Ist dann links weggelaufen. Wann holst du da jetzt? Ich mach wieder healen. Pass auf, links, da kann ich nicht mehr draufstehen. Ja, die liegt hier noch. Ja, hier ist niemand mehr. Ja, ich zünd' den mal direkt an. Dann fünd' den erstmal. Was ist denn sonst noch bei? Okay, die anderen Bounties? Ach, die rennen grad nach unten hin raus. Scheiße. Kommen wir nicht hinterher, ne? Egal. Nee. Die sind dafür schon leider zu weit. Ja, das ist nicht die, die ich vorhin gekillt hab. Den Trade nicht haben, was für die Leichen sehen. Weil hier sind mindestens... Weil das ist halt die, die auf hunderten. Ich hab dich, glaub ich, schon gelootet, oder? Achso, weiter ne. Ach ne, hab ich noch nicht. Ich will sagen, geh mal in die Mitte, oder? Ja. Nice, nice. Aber der hat mir richtig leid getan. Ich hab dir einen richtig heftigen Headshot gegeben. Und die ist noch gelaufen. Oh Gott. Ich hab auch nicht damit gegessen, dass ich hier einen Headshot verpasse, aber... Ja, also hier muss irgendwo, hier in dem Compound, und das ist noch wer erschossen worden. Oh. Was ist denn? Ich geb mich dann halt null aus. Oh, ich auch nicht. Hm. Naja, egal. Lass uns einfach hier. Ach, hier sind wir... Ach ja, hier ist noch die eine geile Tür. Na, warte, ich komme. Wir müssen aber noch mal eine weiter in die andere. Ja, ja, ich weiß. Hast du eine Ausdauer drin? Jetzt. Nun. Okay. Da hab ich da eine gegeben. Danke. Nicht da hinrennen, oh Mann. Was? Da bist du noch langlaufen. Du rennst aber auch da immer hin, wo ich... Du rennst aber auch genau, du wirst auch genau da irgendwo verlanglaufen müssen. Ja. Ja. Genau. Flee, da, meiser. Okay, ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Hab ich dir auch extra drin gelassen Das ist ja nett Ich weiß Wer braucht denn so einen Scheiß? Niemand Ja dann Gehen wir runter nach Preston Preston, ich sagte, wir gehen ja jetzt zum Maschinen-Georg raus Werde noch näher, also, oder? Der Maschinen-Georg rechts Da ist kein Ausgang Doch, da ist ein Ausgang Ach, ich war zu sehr am Reinzoomen Dann lassen wir aber nochmal da Nochmal unten zur Kutsche um Wenigstens die Trades Oder wollen wir die nächste Runde dann holen? So Ja, können wir eben da hinlaufen Habe noch sechs Minuten Ausdauer Niauuu Oh, wir haben endlich die Viecher mit Feuerschaden gekillt Ich muss mal wieder eine Ausdauerspritze mitnehmen So schön schnell Oh, ne Kasse Nein Ich hab meine Punkte ausgegeben Ja Ah Genau 1675 Ja, und ich gönne dir 30 Punkte Weil ich so nett bin Super Und ich gehe noch Willst du dich? Warst du schon mal in der Kutsche? Ach nee, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Die sind ja vorbei, ich renne dich so. Wo ist die hier hin? Ich kann nichts mehr widmen. Hast du Anti-Gift drin? Nee. Okay. Halschen ausgelaufen. Musst du gerade halten. Da läuft es halt nicht aus. Dann weiß man, der wird zwar wieder gut. Hey, was ist das denn, dieses Was haben die denn hier eigentlich für ein, was ist denn das? Haben die den hier für ein Wasser gelöscht hier? Oh, da hinten ist ein Hier, Matti, warten wir mal. Da gibt es ein Trade. Matt-Brötchen. Matt-Brötchen gibt es da hinten. Pack-Mule, habe ich schon. Ich nicht. Achso. Ich habe auch schon Pack-Mule. Ich bin vergiftet. Hier war ich noch gar nicht gewesen, in dem Wasser. Wie cool ist das so. Cool. Mein Gott. Kann ich mehr zielen. Achso. Bist du schon im Ausgang? Ja. Sehr gut, ich komme sofort. Und zwei Punkte, gut. Was schmeißt du da eigentlich alles rum? Was soll ich noch sagen? Die Natur ist doch noch gar nicht so verbraucht. Warte noch 120 Jahre. Oh, Mann. So. Vier Kills. Schön. Wie viel Kohle hat er gebracht? Vier Kills machen 1800 Dollar. 50. 50 Monster machen auch 1800 Dollar? Okay. First Bounty, 109 Dollar. Krass. Äh, warte, kann ich noch mal in der Body werfen? Ich kann noch mal in der Body werfen. Hm? Ja. War cool. Ich habe mich gefreut, dass ich da was reingeworfen habe. Was habe ich bekommen? Nichts. Ja, schön. Falls es euch gefallen haben, sollte das gerne abonnen. Und wenn ihr euch hier natürlich nicht vergessen habt, und wenn ihr anschaut, tschüss. 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 Tschüss.